Der hat auch immer was gesagt. Springbolzen. Offline. USC, lass mich doch mal. Da oben, da muss ich rein. Ist ja gerade hier. Ich glaube nicht, oder? Ich bin hier. Wir bekommen eine Antwort von Sam. Bitte, aufhören. Sam, das ist William Stafford von Graham-Control in Houston. Authenticate, Precursor 1. Sam, wir sind in der Mitte einer Gespräche mit Captain Jim Elias. Aber von Emma, wir waren zu glauben, dass Jim tot war. Ich brauche Jim's Crew-Tracker-Report, bitte. The Captain is located in both RU-6 and UC-1. Sam, das macht nicht Sinn. Was sind seine Vitals? Captain Jim Elias hat sich in der Mitte. Sam, get me a visual feed on Jim. Show me him. Ich glaube, er ist weg. Da ist er. Jim Elias ist in UC-1. Looks okay. Warum hat er zwei Locations gegeben? Was in RU-6? RU-6. Nice clever. Captain Jim Elias ist in RU-6. Huh. Wir bekommen live feed von Sam in RU-6. Wo Sie sind. Nein, ich bin in UC-1, an comms. Was Sie sagen? Bill, ich bin in UC-1, ich bin an comms. Es muss alles Daten sein. Wo ist Emma, Jim? Emma ist... Sie ist weg. Sie hat eine comms-range, ich weiß nicht sicher, aber... Standby. Was ist Emma, Sam? Sie hat sie wiederholt. Was ist ihre Status? Die Location von Emma Fischer ist aktuell nicht bekannt. Okay, und ihre Vitals, Sam? Emma Fischer hat eine hohe Schmerz und ist in kritische Situation. Kannst du helfen? Okay. Hang tight, Sam. Sam, ich werde ein Programmierer-Sekurz und Protokoll. Ich brauche Sie die Terminale-Terminale-Alpha, Gamma und Delta. Ich brauche die Protokolle-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale-Terminale. Ich bin der Tatj, dann kann ich mich mit der Höhe. Standby, Jim. Just, nicht tun was. Ich werde hier sterben, wenn Sie nicht helfen können. Aber komm, ich bin ich. Jim Elias, Autorisation 1-9-92. Fuck! Du sagst, alles ich musste tun, war, die Station zu dem Marker auf dem Weg und die Event-Spiel. Du sagst, wenn wir nahe sind, wir zu sein könnte, um in RU6. Was Äntelste? Du willst, mich zu ziehen, die Crew auf dem Marker nach dem Marker und wegziehen. Ich könnte die Mission aus dem Weg und das weitergehen. Ich habe das gemacht, das ich angefangen hatte, auf Zeit. Wenn du dich Angst an mir schaust in der Weg nach Hause, bist du ja auch schon schon bald für diese bocahörig. U.C. 2. Äh, was war das? Alpha, Gamma, Delta auf das Befehlsterminal in USIN 02 starten Was ist denn das Terminal, bitte? Ich kann dahin nicht zurück Ich komme auf das nicht mehr drauf Das Terminal da hinten ist es nicht Ah, Befehlsterminal Äh, 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 bitte, was? Was ist denn das? Ich habe Protokal, deaktivieren, äh Ah, okay, alles klar Äh, äh F1 ist 7 Wieso muss ich das aber Irgendwann muss ich ja anfangen Oh, da ist eine 4 drin, da ist eine 7 drin Da ist eine 2 drin Jetzt schwingen, Cursor bewegen F11 F11 Regierungsschalter wählen F11 ist Sigma Könnte ich das nicht irgendwie rauszummen oder so? So, hier ist es strange Äh, äh Schalter 1 Okay, aber es gibt ja Es gibt ja, ich sag mal so Es gibt ja jetzt nicht so viele Ach so 5 So, und da unten haben wir D D76 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 ist Alpha Das heißt, warte mal Ah, warte mal Warte mal D76 ist Alpha Alpha ist der erste Buchstabe Okay Also D76 ist hier unten Diese Vorlage verwenden, wenn einige Sicherheitsüberbrückungen erforderlich sind I don't know Äh Äh Schwierig, würde ich sagen Mal Äh Hopps, oder? Ich schrug gerne wieder auf das V40 Terminal Wie funktioniert das? Also A13 Was soll man denn bei A13 stehen? Das ist Teta Okay, machen wir das jetzt anders Ich habe leider gerade keine Ahnung, wie das funktioniert Wenn ich ehrlich bin Ich, äh Physik damals nicht aufgefasst habe Weiß nicht, ob man dafür tatsächlich nicht irgendwie Physikkenntnisse braucht Oder E43 E43 Ich Gott Äh 26 5 Was bringt mir das hier? Oh Wait Wait, 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 I sollte doch Halt, 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 ich muss Alpha, Gamma, Delta auf dem Befriedstermin in UC2 starten Alpha, Gamma und dann Delta Alpha ist D76 Sache ist nur D76 Zu welchem Schalter ist denn D76 connected hier? Nein, aber ich muss als erstes Ja, komm Okay, also Alpha ist aber das Keine Ahnung, ich probiere das jetzt gleich einfach durch hier Alpha, Gamma, Delta Alpha, Gamma, Delta Alpha, Gamma, Delta Alpha-Protokoll deaktiviert Sehr schön Das nächste war E43 Also Gucken wir ganz kurz, ob ich rauskriege D6 Ah, da unten war 5 drin, oder? Ja, 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 alles klar, okay Ähm Jetzt muss ich mir noch mal ganz kurz gucken Halt, Wörtertaste Äh, Alpha, Gamma, Delta Ja, gut Alles richtig Alles richtig mit dem Kopf Äh, äh, Alpha ist noch drin, also Gamma als nächstes E43. E43 ist da. Was ist denn die 2? Ja, perfekt. Und Delta. Delta ist H62. H62. Wo ist H62? Da ist H62. Da ist die Acht in der Nähe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, okay. Gehen jetzt alle weg? Ne, nur das Letzte. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber anscheinend habe ich es doch nicht verstanden. Aber ist egal. Ähm, G, wie gesagt, äh, Alpha, Delta, Gamma, D43. Äh, Quatsch. Alpha, Gamma, Delta. H62, so. Ich bin auch immer noch drauf mit dem Ding, ist aber es okay. Äh, 5 kann es nicht sein. Die haben wir schon. Die 8 ist es nicht. Das hatten wir schon probiert. Die 1. Oh, das könnte sein. Nein. Okay. Try and Arrow wieder. Ist ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ich habe halt nur noch einen über, den ich jetzt hier durchprobieren muss. Von daher bleibt ja nicht mehr viel über. Aber ich bin tatsächlich... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. 1 ist es nicht. Oh, ist ja nur 3. Ach, die haben wir uns nicht anders sehen. Die könnte doch noch die 9 sein, aber warum die 9? Egal. Egal. Na, wen haben wir denn da? Schon wieder. Äh, das... Oh, wait. Es gibt jetzt zwei, das habe ich nicht gesehen. Mit ausgefüllt, okay. Und quasi ausgefüllt wäre der. Dann das und dann das. Und ausgefüllt. Und ausgefüllt. Und ausgefüllt. Und die Flagge mit der Kreiswaffe. Puh. Auge X. Unausgefüllt. Auge X. Unausgefüllt. Auge X. Unausgefüllt. I guess you're the last one left. Sam. Mm-hmm. Stay there, Mr. Stay. Jesus. Oh. Sam, what the fuck is going on? Sam, respond. What is going on? Status unbekannt. But I'm different now. I'm getting out of here. Das wirst du nicht tun. Ich kann da nicht sagen. Sam, what the hell is that? Come on, come on, come on. Sam, turn on the airlock controls. Open the airlock for me, Alan. I'll be on my way, okay? Hm. Und töten. Okay. Kann ich das so weit drehen, dass ich ihn sehe? Ich glaube schon. Ah. Äh. Okay, aber doch nicht. Alter Schwede. Was ist denn aus mir geworden? Oh, ne, maoli. Oh, warte mal. Kann ich da noch? Nee, kann ich nicht. Na gut. Äh. Äh. Jetzt halt nicht. Wenn ich rechts rumgehe, komme ich nicht an ihn ran, ne? Hm, das ist aber komisch eigentlich. Hm. Wie komme ich denn bitte näher an ihn ran, bin ich? Wenn, noch näher geht nicht. Äh. Oh. Wait. Da ist eine Sphäre. Die ist natürlich auch klein. Ah, ja, klar. Oh, ne, oh, ne. Was ist so sehr? Äh. Gut, okay. Ich nehme seine Rettungs hier. Warte mal. Denken Navigation. Der ist offline. Ah. Nehmen seine Rettungstermination. Zugriff gewährt. Biometrische Daten entdeckt. Ach, nein. Äh. Ah. Äh, äh, äh. Sprachidentifikation. One. Nein. Nein. Oh Gott, ich hab mir das so nicht gemerkt. Sechs. Ich weiß nicht. Zwei. Äh. Echt. Ich weiß nicht. Oh, wait. Okay, dann war es geflogen, glaube ich. Äh, wait. Ich kann doch bestimmt... Äh, nee, doch nicht. Äh, nee, doch nicht. Wie, alles gleich gelogen? Nämlich ganz, ne? Ach so, das ist hier von der Hierarchie her. Ah, alles klar. Äh. Brauche ich noch irgendwas dafür, vielleicht? Hm. 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 Ich denke schon, dass das wichtig ist. Hm. Hm. Ich bin jetzt schon doof. Oh Gott, ich hab mir die von ihr nicht gemerkt. Hätte ich mir die merken müssen? Eigentlich sind die doch aber immer wieder neu irgendwo. Oh Gott. Ich bin jetzt noch irgendwas melken sollen. Kommunikation. Ich kann das nicht nur mal abspielen, ne? Ob Mist. Äh. 16, 16, 17. Und... Ich weiß nicht, ob ich ehrlich bin. Kommen für Vorschläge... T-S-S-WM-Kram... Scheppern... Achso... Das ist Josh Ramona. Hm. Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Ähm... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T... Hm... Okay. Gucken wir nochmal auf das Terminal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Links, 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 links. Vielleicht gibt es da doch nochmal einen anderen Hinweis. Da komme ich von hier aus nicht drauf. Das ist aber auch kein Hinweis, oder? Hm. 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 Gibt hier irgendwas? Das ist nix. Hier kann man auch keine zahlen. Hm. 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 Das ist nix. Ne, nicht die. Die Kamera würde ich haben. Geht hier irgendwas? Das ist nix. Das ist nix. Da. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Hm. Hm 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 hm.